Ein recht herzliche Salute aus der Sprechekabine der SG Traktor Reinershof. Wir begrüßen recht herzlich unsere Gäste von SV Blau-Gelf-Stolmen. Und natürlich auch unsere Fans, die heute hier den Weg auf dem Sportplatz gefunden haben. Und der spielt nicht. Und der spielt nicht. Und der spielt nicht. Und der spielt nicht. Applaus 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 Ausgleich, ich muss mal meine Hölle verzählen. 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 Ausgleich, ich muss mal meine Hölle verzählen.